Herzlich Willkommen bei der täglichen Dosis Trash. Holt schon mal das Popcorn raus, es wird wieder trashig und heute gibt es gleich zwei Aufreger des Tages und ihr könnt gerne mal unten reinschreiben, findet ihr das ganz cool, wenn ich vielleicht auch mal zwei oder drei Themen in einem Video unterbringe, also schreibt das ganz ehrlich unten rein und lasst auch ein paar Likes da, wenn euch das gefällt, vielleicht schaffen wir 300 Likes auf dem Video, dann sehe ich auch, dass ihr sowas vielleicht auch öfters sehen wollt. Ansonsten geht es jetzt heute ans Eingemachte, es geht einmal um Katja Krasavice und einmal um Prinz Markus und bevor wir zu dem Thema kommen, nochmal kurz was in eigener Sache, unten ist der Da Vinci Uncut Kanal für euch angepinnt, ich habe ja jetzt einen Reaction Kanal, da mache ich meine Livestream Highlights drauf, meine Reactions zu YouTube Videos zum Beispiel und die Reactions zu TV Trash Formaten wie dem Sommerhaus, kommt dort exklusiv, also es lohnt sich, pinne ich euch unten an und wir sind kurz davor YouTube Partner zu werden, wir sind bei glaube ich 850 Abos jetzt, wir brauchen 1000 Abos. Und ich glaube, das kriegen wir die nächsten Tage dann hoffentlich voll. Ansonsten geht es jetzt ans Eingemachte, wir fangen mit Katja Krasavice erst mal leicht an, zugegeben, ich halte von ihr jetzt nicht so viel, weil ich nachtragend bin, ich bin ganz ehrlich, sie hatte ja meine YouTube Karriere, bevor sie mit ihrer Musik angefangen hat und das nehme ich ihr immer noch so ein bisschen übel, muss ich ganz ehrlich sagen, ich bin da nachtragend, es tut mir leid, aber sie hat zum Beispiel mal ein Video hochgeladen, habe ich auf meinem Da Vinci Kanal damals auch kritisiert, wo sie mit einer Pornodarstellerin die Genitalien von ihren Fans bewertet hat. Das ist schon eine sehr merkwürdige Idee gewesen. Sie hat es Gott sei Dank auch auf YouTube sein gelassen, so ein Blödsinn hochzuladen, aber man muss auch ganz ehrlich sagen, es ist nicht ganz sicher, ob da vielleicht noch auch Jugendliche dabei waren, die dann ihr Genital ihr geschickt haben und der Pornodarstellerin in der Hoffnung bewertet zu werden, wo sind wir angekommen, aber es ist so wie es ist und das ist ein Video, was damals hochgeladen wurde für mehrere hunderttausend Leute, kam auch bei der Community, die meist noch recht jung sind bei ihr und hier generell auf YouTube damals, kam das eigentlich ganz gut an, weil es ja lustig ist, aber es ist halt irgendwie so ein Ding, wo ich sage, ja, wie will man darauf achten, dass die auch wirklich alle 18 sind, abgesehen davon ist die Idee auch ziemlich fragwürdig, auch wenn man 18 ist, sowas hochzuladen und sie war damals erwachsen und eine große YouTuberin und da sollte man vielleicht auch bis zur Ecke denken. Ja, sorry, nehme ich immer noch so ein bisschen übel, sie muss dann allerdings dann auch, muss man ihr zugutehalten, hat sie das dann sein gelassen, hat dann sich auf ihre Musik konzentriert und hat sich dort auch gesteigert über die letzten Jahre, es ist jetzt nicht meine Musik, ich würde mir das jetzt nicht freiwillig anhören, aber es ist so, dass es sehr erfolgreich ist und das muss man ihr lassen, sie hat sich da deutlich verbessert und macht da ihr Ding und das stört mich jetzt persönlich mit der Musik auch nicht, sie soll wohl auch privat ganz nett sein. Trotzdem frage ich mich dann, was sind denn das für Tipps, es sind wirklich vielleicht auch Fragen dabei, die sind ernst gemeint von den Leuten und wenn du da solche Tipps wie diesen jetzt hier raushaust, dann frage ich mich wirklich, muss jetzt alles zu deinem Image passen oder kannst du nicht vielleicht auch mal einen Tipp geben, der vielleicht Leuten auch weiterhilft. Ja, denn, was ist jetzt der Aufreger gewesen, was bedeutet es, wenn mein Freund ständig sagt, dass er keinen Bock auf Sex hat, also es gab wieder so eine typische Instagram-Fragerunde und da hat sie darauf geantwortet, das bedeutet, dass du seinem besten Freund knallen musst und ja, ist es jetzt ironisch gemeint, mache ich jetzt hier einen Fass auf, keine Ahnung, wir können es gar nicht unten reinschreiben, ich muss ganz ehrlich sagen, es wird wahrscheinlich von einigen ernst genommen und wo kommen wir denn hin, dass wir die Probleme, die wir in Beziehungen haben, nicht mit dem Partner versuchen zu klären, sondern sagen, okay, Katja hat gesagt und dann das vielleicht wirklich in die Tat umsetzt. Ich glaube, die wenigsten machen das jetzt, hoffe ich, aber es gibt bestimmt auch mittlerweile Leute, die sagen, ja, Katja hat recht, ich mache den mal ein bisschen eifersüchtig oder ist mir auch egal, wenn der mir das nicht gibt, was ich haben will, dann kann man ja nicht miteinander reden, nein, dann gehe ich halt mit dem besten Freund oder mit einem anderen fremd. Ja, ist das jetzt irgendwie die Art und Weise, wie wir miteinander umgehen sollten, im Jahre 2023 sind wir so weit gekommen, ich würde sagen, nein und da hätte Katja vielleicht auch mal sagen können, okay, ich muss jetzt nicht immer witzig sein oder ich muss jetzt immer meinem Image hier im Sprechen, ich kann vielleicht auch mal einen Tipp geben, der gut wäre, zum Beispiel, ja, wenn du das ansprichst mit deinem Freund und der gibt dir nicht das, was du willst und sagt, dass du unzufrieden bist und wenn sich das nicht verbessert, dann musst du dich halt trennen, weil unglücklich sollte niemand sein, das wäre zum Beispiel ein Tipp gewesen, der auch emanzipiert gewesen wäre, ja, oder eher emanzipiert, weil das ist ja eher ein Arschlochverhalten, was sie da rät, das hat ja nichts mit Emanzipierung zu tun, aber vielleicht denkt sie das mittlerweile, dass es ja und wie jetzt cool ist, so umzugehen mit den Männern, ja. Ich weiß nicht, das macht man weder als Mann noch als Frau so eine Nummer und wie gesagt, wenn ihr unzufrieden seid mit eurem Partner oder eurer Partnerin, dann klärt das in einem Gespräch und wenn da nichts bei rumkommt, ja, dann müsst ihr halt euch trennen, das ist halt leider so, na, hart, aber so ist es. Ansonsten kommen wir zum Aufregel des Tages und das ist, wie gesagt, das toppt jetzt Katja um ein Vielfaches, ja, Katja war jetzt nicht dich, ja, bevor als Leute wieder sagen, man starb wieder, also Katja, lassen wir Katja raus, Katja ist, ja. Jetzt kommen wir zu Prinz Markus und haltet euch fest, das wird jetzt ziemlich ärgerlich, ich zeige euch erstmal, was es geht und es ist nichts für Leute, die jetzt gerade mit den Nerven am Ende sind oder nicht so gut sehen können, wenn Tiere auch so ein bisschen, ja, was heißt ein bisschen, ja, gequält werden, dann cool ist es nicht, was da passiert, aber seht das mal selbst. Ich bin fassungslos und muss mich hier echt zurückhalten, trotzdem werde ich jetzt sehr straight auch meine Meinung sagen, wer hat diesen Mann ins Gehirn geschissen? Punkt. Warum denkt ein erwachsener Mann in dem Alter, dass das eine gute Idee sei, sich bei Instagram filmen zu lassen, so etwas hochzuladen, wie man einer Schildkröte, einem Lebewesen einen Fußball an den Panzer schießt? Also, auch wenn es jetzt nicht lebensbedrohlich für das Tier war, hat sich das Tier erschrocken und vielleicht tat es dem Tier auch weh, wie gesagt, ich kenne mich mit Schildkröten jetzt nicht so gut aus, aber es sah auf jeden Fall schon danach aus, als wäre das jetzt nicht so angenehm gewesen. Und muss das jetzt sein? Ich finde nicht, gerade als erwachsener Mann, der eigentlich, ja, zumindest oberflächlich alles besitzt, Häuser, Autos, Uhren, ja, muss man dann irgendwie mit den Tieren so umgehen? Ich finde nicht, ja, und generell sollte er sich für das Benehmen, was er da an den Tag legt, schämen. Ja, und es gibt, wie gesagt, auch die Gerüchte, dass es wohl auch Aufnahmen gibt aus der Story, die wurden mir auch zugeschickt, allerdings habe ich die zu spät gesehen, da war das schon gelöscht, dass er anscheinend oder angeblich auch mit anderen Tieren und auch einem Hund sehr blöd umgegangen sein soll. Wenn ihr diese Aufnahmen habt, schickt mir die gerne zu. Wie gesagt, mir hat das jetzt schon gereicht, aber vielleicht gibt es dann nochmal ein Update zu dem Thema. Auf jeden Fall sollte er sich mal echt schämen und auch entschuldigen und mit seinen Tieren, die er dort hält, vernünftig umgehen. Wie gesagt, da ist auch Alkohol oder irgendwelche anderen Dinge, die da vielleicht im Umlauf sind, keine Berechtigung oder keine Entschuldigung für. Und es gibt keine Berechtigung, so rum, so einen Blödsinn zu machen und ich glaube, da sprechen wir hoffentlich alle dieselbe Sprache. Wenn ihr das so ähnlich seht wie ich, dann seid ihr herzlich willkommen, ein kostenloses Abo dazulassen. Ich lade hier jeden Tag um 12 Uhr ein Video hoch und am Wochenende schon um 9 Uhr. Ich würde mich sehr freuen, wenn der Algorithmus vielleicht dieses Video hier so ein bisschen auch anerkennt und vielleicht auch, dass ein paar mehr Leute sehen, was ihr da für ein Blödsinn treibt. Teilt das gerne mit Freunden, wenn ihr auch Freunde habt, die sich für Gossip interessieren. Wäre das auch sehr lieb, ansonsten folgt mir überall. Und schickt mir auch immer gerne Sachen zu, die für Videos interessant wären. Und dann bin ich gespannt, was die nächsten Videos werden. Bis dann und ciao, ciao. Ciao.